Was ist ein Drachen? Krass! Habe ich da gerade einen Drachen gehört? War das wirklich gerade ein Drachen? Aber wo bin ich denn hineingelaufen? Wo bin ich denn hier hochgekommen? Da drüber So, hier war auch noch einer Aber wir müssen ja da oben zu den Pforten der Höhle F5, ich speichere mal Ich weiß nicht was mich da drin erwartet Lässt du mich mal durch? Nein, da habe ich solche Höhenliebe, ey Und die kann ich wieder rückwärts raus Gut Okay So Und Einer ist blatt Komm, lass dich mal nackig machen hier So, du zeigst mir auch mal den hübschen Körper Schön auf den Rücken legen Na ja, von hinten Fui So Super, dann haben wir die geschafft Dann gibt es erstmal keine Gegner Ja Oh Soll die Mund nicht so früh aufreißen? Oh shit Gnade Seid ihr schon sterbenbereit? Ähm Dafür werdet ihr bezahlen Warte mal, ich lad mal wieder neu rein Das war jetzt echt scheiße Laden Ich glaube das war das hier Genau, ich geh mal wieder neu rein Also das war ja echt Der beschützendste Start überhaupt Nur weil du Vollidiot da rein gerannt bist Krass 56 Aufruf innerhalb von einer halben Stunde Boah Ja Was ist denn hier los? Nur Nur Für ein Video Von meinem Schlafzimmer Gieß gerade Dass da gerade eine Demo ablief Dass ich sowas noch erleben darf Ich kann euch nicht besiegen Ja, merke ich schon So Eine blöde Kuh Du bist doch so blöde Du rennst ja schnell nicht rein, na? Du bist doch so blöd und rennst ja schnell nicht rein, na? Du bist doch so blöd und rennst ja schnell nicht rein, na? So Wo ist mein Typ? Wo ist mein Typ? Ich kann mich nicht speichern Wenn ich nicht weiß, dass der noch Dass der tot ist Ach, da ist er ja Ähm Ähm Da ist er ja Ein Magietisch Guten Tag Guten Tag Guten Tag Gut auch nicht Heute So Nun mal Steht man mir nicht im weg? Mann, du blöder Idiot. Wie war das? Gehessen? Beschworener Bogen. Ich seh' ja nicht mehr. So. Dankeschön. Die Eider hat einen ja gar nicht schön zu schaffen gemacht, ne? Gut, der beschworene Bogen. Der war schon ganz schön krass. Gibt's denn noch was bei ihr, was mir irgendwie gefallen könnte? Ihr habt nicht mal ne Truhe, richtig, als ehrlich. Das sind billig nummer. Ähm, jetzt speichere ich mal schnell. Und ich werde jetzt mal ganz kurz einen anderen Bogen, Feuer, Adronage, beschwören. Ähm. Pfeimer Bogen. Okay. Geh'n wir mal hier durch, mal gucken, was uns... Ach. Ehrlich, Schöpfe. Das war aber nicht sehr freundlich, oder? Ach, das waren die, die mich hier beschossen haben, diese kleinen Feiglinger. Ja, Feiglinger. Na? So, so siehst du als aus. Ne Hühnerbrust und so weiter. Gut, die Beine sind ganz schön kräftig. Der rennt bestimmt viel rum. Dankeschön. Oh, die lebt ja noch. Ähm, ich will hier aber in diesen... ... Feuer drinaschen. was erwartet mich dahinter was erwartet mich dahinter ich bin echt mal gespannt das geil mache ich jetzt noch drei tage die woche ich meine waffe runter kann das sein dass das ein friedlicher ort ist ich gehe jetzt mal kurz weg hier drauf bin ich froh dass ich hier echt mal den feuer blitz